Wie jeden Morgen trinkt Tisi seinen Bio-Apfelsaft. Doch diesmal ist irgendetwas anders. Nein, nein, das macht er jeden Morgen. Na Tisi, wie riecht's? So, jetzt noch den Teller zur Seite. Und rein mit dem Gesöff. Ist das lecker! Immer mehr geilt sich Tisi am Geschmack des Apfelsafts auf. Ja, okay, das ist jetzt ein bisschen peinlich. Hochaudernd entdeckt Tisi den Bio-Apfelstrudel. Der Bio-Apfelstrudel. Jetzt im Kino. Sie sind überall. Sie sind auf jeder Bio-Apfelsaft-Verpackung. Sogar in deinem Kühlschrank. 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 Er ruhe ist. Los Ist das lecker Die Obwys 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 Obwys